Es beginnt, wenn man die Geschichte schaut, hat jeder nicht damit begonnen, mit seinem Erfolg, sondern hat immer mit dem begonnen, wo er sich nicht gut gefühlt hat, noch nichts konnte. Und damit hat die Geschichte immer begonnen. Deswegen haben wir bei den Prechorus reingepackt. Eigentlich habe ich gar keinen Bock hier irgendwas zu sagen, aber das Lied Going Up handelt davon, dass man nicht aufhören soll und immer weitermachen soll und deshalb stehe ich hier und habe das gerade gesagt. Ich glaube, wir entscheiden, ob wir am Boden liegen wollen und nicht die anderen. Wir entscheiden über unsere Zukunft und wir entscheiden, ob wir aufstehen wollen und kämpfen. Und nicht die anderen entscheiden, ob wir irgendwas machen, sondern wir entscheiden selber, ob wir was machen. Genau das sagt uns der Song. Hey du, der gerade auf dem Sofa sitzt, hofft das Video anzugucken. Mach was!